In diesem Video geht es um die besten Dampfgarer. Das Gütezeichen in dem Dampfgarer-Test geht an den WMF Dampfgarer. Der WMF Küchen Minis Dampfgarer aus Chromagan mit einem hochwertigen Glasdeckel hält, was sein Name verspricht. In kompakter äußerer Form sorgt er für gesundes Garen, ist gänzlich WPA-frei und unabhängig von einer Herdplatte. Als kleinster Chromagan Dampfgarer, mit einer Grundfläche von nur 14,4 x 28,4 cm, können darin bei 900 Watt Leistung auf zwei Ebenen Fleisch, Fisch, Gemüse und Beilagen parallel zubereitet werden. Garen à la Minute Dank WMF Easy Steaming mit zwei getrennten Garräumen ist jede Ebene individuell regelbar, sodass man alles zusammen vorbereiten kann, der eigentliche Garvorgang aber je nach Einstellung erst später beginnt. Auf zwei Ebenen mit getrennt regulierbaren Garbehältern je 2,15 Liter können Fleisch, Fisch, Gemüse und Beilagen parallel zubereitet werden. Der Dampfgarer ist mit einem 1,1 Litern Wasserdepot ausgestattet. Eine Wiederbefüllung während dem Garen ist möglich. Für die Bedienung ist der LC-Display da, mit ihm kann man die individuelle Garzeit anpassen. Diese besitzt ebenso eine Memory-Funktion. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist der WMF Vitalis Dampfgarer. Damit sich ausreichend Dampf entwickeln kann, brauchen Sie mindestens 1 Liter Flüssigkeit. Statt Wasser können Sie auch Fond verwenden, den Sie mit Kräutern und Gewürzen anreichern. Der aufsteigende Dampf kondensiert, schlägt sich auf die Speisen nieder und überträgt so die Aromen. Das integrierte Thermometer zeigt die Innentemperatur. Den Bräter ohne Garblech können Sie ganz herkömmlich zum Anbraten und Schmoren verwenden. Der Glasdeckel ohne Thermometer ist für den Backofen geeignet. Der Deckel besteht aus hitzebeständigem Güteglas mit Dichtungsrand aus Silikon für festen Sitz. Der Transdermal-Herdboden ist für alle Herdarten geeignet, auch für Induktion. Die Bodenplatte ist komplett mit Edelstahl verkapselt und somit leicht zu reinigen. Die Porzellanschalen in zwei unterschiedlichen Größen eignen sich für kleine Gemüsesorten und für Speisen mit flüssiger Konsistenz. Die Griffe sind innen hohl und werden unter normalen Gebrauchsbedingungen auf dem Herd nicht heiß, weil sich die Wärme über die Schweißpunkte am Topf auf eine große Fläche verteilt. Das Sparprodukt in dem Dampfgarer-Test ist der Tefal VC 1451. Zwei stapelbare Behälter für eine kompakte Aufbewahrung. Einfach bedienbar dank eines 60-Minuten-Timers mit automatischer Abschaltung, der Überwachung des Wasserstands und der Möglichkeit, diesen während des Kochens aufzufüllen. Spart wertvollen Platz und passt so in jede Küche. Haltbarer Edelstahl für eine möglichst lange Lebensdauer. Externe Wassereinfüllöffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen auch während des Garens. Sichtbarer Wasserstand um alles ideal im Blick zu behalten. Zubehör für eine einfache Zubereitung von Reis oder Hülsenfrüchten. Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.